Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Icewind Dale in Neverwinter. Was uns das Ganze denn bringt? Ich muss hier mit jemandem reden. Irgendwo. Wo war denn derjenige? Da. Mit dem soll ich reden. Also, erzähl uns mal was. Macht ihr Rat, wie ihr in Icewind Dale am besten zurechtkommt? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Wie läuft das Geschäft, Athanas? Es macht mir nichts aus, euch davon zu erzählen. Es ist ja euch zu verdanken, dass es überhaupt so gut läuft. Wir sollten aus dem Schlimmsten draußen sein. Ich habe einige Waren für euch. Nehmt sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, her damit. Her damit. Was haben wir bekommen? Verteidigungsmixtur. Na ja, okay. Laden. Äh, Tunika, gute Kleidung, Tränke. Okay. Schließen. So, also haben wir diesen Laden hier freigeschaltet. Okay. So, ähm, und das war's. So, hier können wir uns wieder was abholen, denke ich. Können wir ja mal ganz kurz machen. Der ist ja hier um die Ecke. So, Beric. Das schwarze Eis ist kürt. Danke für die Hilfe. So. Ja, wieder mal einen kleinen Trank bekommen. Dankeschön. So, ich nehme mal an. Dann müssen wir jetzt... Mal wieder hier. Ne? Zehn Stadt. So, komm. Können die Zehn Städte... Sichere Aufbewahrung. Das schwarze Eis ist ein zweischneidiges Schwert. annehmen. So. Ähm. Jetzt bekommen wir vielleicht... Ah, Zwergenthal. Schaut mal hier. Ha. Neue Aufträge warten auf uns. So, das sind die alten Aufträge, ne? So, komm mal her. Sollen Sie sich doch unter das schwarze Akte... Lüstere Warnung. Ähm, Frostriesenhelden. Ja, ist ja gut. Eine weitere Handelskarawane ist spurlos verschwunden. Ich könnte schwimmen. Wir müssen für die Sicherheit der Zehn Städte sorgt. Der Eiswind-Kass ist für... Schon wieder beleuchten. Ja. Die Dinger gehen aber auch schnell aus, diese Lampen. So. Na, willst du diesmal Bären haben? Stark wie Yeti. Nee, Yeti, wenn der da... Yeti hat Mutter von Girt getötet. So. Als Girt noch war groß wie neugeborenes Felsenkärtchen. Jetzt aber hier. Girt vergisst nicht. Was hast du denn zu sagen? Wenn das schwarze Eis tatsächlich korrumpiert ist, dann reinigen wir es einfach. Ja, klar. Ich suche nach Arbeit im Zwergtal. Oh, ihr habt euch dazu entschieden, für Bone Brand und seine famale Deiten Zehnstädter zu arbeiten? Lasst mich etwas klarstellen. Mein Name ist Jubel Oakstaff. Ich arbeite für die Arkane Bruderschaft, sammle magisches Allerlei und versuche die Wunden, die der dreckige Verräter Kessel geschlagen hat, wieder zu heilen. Wenn ich meine Sache hier gut mache, werde ich vielleicht endlich aufgenommen. Die verdammten Bürokraten und Scheuklappen tragenden Narren der Zehnstädter machen es mir nicht gerade leicht, mich zu beweisen. Ich habe die Nase voll. Stellt euch mir besser nicht in den Weg. Es ist mir zwar verboten, innerhalb von Kerkonig Gewalt anzuwenden, Aber wenn ihr meine Geduld auf die Probe stellt, könnte ich dieses Gebot eventuell für einen Moment vergessen. Ich mag dich nicht, Jubel Oakstaff. So, das sag ich dir mal. So. So. Nehmt es locker. Ich gehe. Okay. Also von dem gibt es nix. Hast du was für mich? Ich werde nicht eher ruhen, bis der Name Ackerkessel für immer in Eiswinddale verheilt ist. Ja, ich bin zum Zwergenthal unterwegs. Gesegnet sei der Schmiedemeister. Ich könnte wahrlich eure Hilfe gebrauchen. Wir Hammerstone-Zwerge haben dem Battlehammer-Clan seit Generationen gedient. Aber als Beric das schwarze Eis entdeckte, wurden alle Bande zerrissen. Und jeder Zwerg war für sich. Nun wandert meine halbe Familie durch das Zwergenthal und kratzt jedes schwarze Eiskrümelchen zusammen, das sie finden können. Zumindest, wenn sie sich nicht gegenseitig abschlachten. Mein Familienname wird wegen des schwarzen Eises ruiniert. Ich brauche jemanden, der diesen Wahnsinn beendet. Was kann ich tun? Als das schwarze Eis noch als harmlos angesehen wurde, haben die Hammerstone-Zwerge Magie und Maschinen eingesetzt, um es aus dem Boden zu schürfen. Verzauberte Spitzhacken vereinfachten das Graben und komplizierte Werke aus Zahnrädern, Hebeln und Winden haben das Eis gefördert. Wir können nicht zulassen, dass sie ein solch schreckliches und mächtiges Material abbauen. Vielleicht könnt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Geht in die Mitte des Tals und sammelt so viele dieser verzauberten Spitzhacken, wie ihr tragen könnt. Werft sie in die Bergbaumaschinen, um ihre Getriebe zu blockieren. Wenn das Abbauen zu schwierig wird, hören die Zwerge vielleicht damit auf. Aber nur vielleicht, ne? Okay, angenommen. Und was hast du für uns? Ich möchte mein Volk von der Verderbnis des Quenjinibons fernhalten. Ähä, was ist das? Ei, eure Hilfe hier ist mehr als nur willkommen. Der Battlehammer-Clan hat das Tal fast vollständig verlassen. Nur ein paar Nachzügler versuchen noch zu flüchten. Sie haben einen harten Weg vor sich. Hammerstone-Krieger, der fräßige Eistrolle und wilde, untote Barbaren lecken sich die Finger nach frischem Zwergenblut. Unser Volk, unsere Waren, unser Zuhause sind in Gefahr, solange die korrumpierten Zwerge das Tal unter ihrer Kontrolle haben. Ich kann euch den Weg zeigen, wenn ihr wirklich helfen wollt. Aber ihr werdet Mut im Herzen und einen starken Schwertarm brauchen. Habe ich sogar zwei. Eistrolle haben Leute aus meinem Clan entführt. Gerüchte, die besagen, dass die Trolle ihre Opfer am liebsten lebendig kochen, machen das Ganze noch schlimmer. Angeblich macht die Furcht das Fleisch noch zarter. Wir Zwerge des Battlehammer-Clans werden immer weniger. Da brauchen wir nicht noch irgendwelche Trolle, die uns noch weiter dezimieren. Begebt euch nach Daledropvale im Zwergental. Vielleicht könnt ihr einige Zwerge retten. Wenn nicht, lasst die Trolle für ihre Taten bluten. Ich werde dies tun. Zwergenreintopf. So, haben wir noch etwas? Hier, du hast noch irgendwas, ne? So, komm. Die Zehnstädter brauchen eure Hilfe dringender als die Südländer der Arkan-Bruderschaft. Hervorragend. Ich sehe, ihr tragt einen Vertrag von Bowen Brand bei euch. Wir Zehnstädter haben schon immer mit dem Battlehammer-Clan Handel betrieben. Doch jetzt gibt es nur noch blutrünstige Wilde im Zwergental, die sämtliches schwarzes Eis horten, das sie in die Finger bekommen können. Dadurch leidet natürlich die Wirtschaft in dieser Region. Jetzt haben wir zwar alles Geld der Welt, um Handel zu treiben, aber es gibt keine Waren, die wir erstehen könnten. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, hört man jetzt auch Gerüchte, dass Acker Kessel wieder aufgetaucht ist und sich an denen rächen will, die ihn vor Jahren unter die Erde gebracht haben. Kessel war ein Mitglied der Arkan-Bruderschaft, müsst ihr wissen. Ich bin froh, dass sie auf unserer Seite steht. Na klar, mach ich das. Hier, komm. Wie kann ich helfen? Solange ich zurückdenken kann, waren die Zwerge des Zwergentals stets mit den Zehnstädtern verbündet. Doch die Hammerstone-Zwerge, die das schwarze Eis abbauen, haben sich vollständig verändert. Sie wurden grausam und gewalttätig und ich fürchte, dass man diesen Prozess nicht mehr rückgängig machen kann. Je länger sie dort draußen ihr Unwesen treiben und dieser dunkle Schatten ihre Seelen verdirbt, umso mehr Unschuldige werden ihr leben lassen. Vernichtet die korrumpierten Zwerge, bevor ihnen die Zehnstädte zum Opfer fallen. Okay. So, jetzt haben wir wohl alle Quests, die wir haben können. Äh, viel Glück und so. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. So, zack. Also, die Quests im Eiswind-Pass, die werde ich, denke ich mal, einfach so machen, ohne sie jetzt aufzunehmen. Haben wir ja schon oft genug. Ähm, aber Zwergental können wir doch jetzt mal machen, ne? Genau. So, Nachts-Ergental-Reisen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, hier ist wohl wieder die PvP-Arena So, ich hab bisher noch nichts erreicht, oder wie? Äh, Vandetta zu Zwergeneintopf Die Seite wählen, Hammerstone-Pickel sammeln Zu weit weg Whatever, so So, so richtig weiß ich gerade nicht, was ich hier tun soll Ab durch den kalten Fluss, das ist im Winter besonders, äh, besonders gut So, das muss ich abbauen, das weiß ich schon mal Hey, das ist mein Eis So, zack Das sind, äh, Armbrustschützen Jetzt muss man sich hier erstmal wieder zurechtfinden, ne? Da ist wieder Eis Das ist mal sogar ein bisschen mehr, ne? Guten Tag Leg on the devote So, das hätten wir abgebaut Ne, wir kommen noch weiter So, äh, ja Die Mine ist, äh, leer Aber wir haben, äh, sämtliches Eis, das wir brauchen Jetzt ersammelt Immerhin So, was muss ich hier machen? Hammerstone-Pickel aufsammeln Korumpierte Zwerge beseitigen Und dann hier die Trolle, ne? Irgendwie Wahrscheinlich sind da mit große Trolle gemeint Die ganz fiesen Heldenhafte Begegnung in der Nähe Etwa hier Nein Ja, so ganz in der Nähe auch wieder nicht, ne? Da hinten sind sie da Ja, wie geil sieht das denn aus? Das sieht ja mal richtig fett aus hier mit dieser Mine Das ist mal eine Zwergenmine, würde ich sagen Aber, hallo Na gut, aber ich schaue auf die Zeit Ähm, wir müssen leider schon Schluss machen In der nächsten Folge geht's weiter Hier im Hammerstone-Tal Oder im Zwergental Ähm, ja, bis dann sage ich Vielen Dank fürs Zugucken Und bis bald Bald Bald